Ich habe euch da zwei Brot gehabt, oder? Ich lege hier ein paar Weizen. Weizen? Hallo? Ne, bescheinbar nicht. Jo... Redstone schon ein bisschen. Jetzt werden wir aber mal die Monsterfalle vorantreiben. Ja. Das werden wir tun. Vorher machen wir noch das da. Wir kapieren jetzt, oder? Ja, das ist der Dimmerklipper, wo bist du? Scheinbar nicht in der Nähe, was mich nur ungemein beruhigen kann, und... Jetzt wird endlich auch mit eurer Scheiße her, sonst bringe ich euch alle um. Nicht euch, aber dieses Hühnergefich. Hühnergefich. Geflügel. Kennt einer eigentlich von euch den Laden Dreschnewski? Also... Ich mag den wirklich urgent. Das ist in... Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, ob der jetzt nur in Österreich, oder ob der auch in Deutschland ist. Ist glaube ich irgendein... Blaaaahhhh... Ist glaube ich irgendein... Hat ja perfekt gehalten. Scheiße, war das jetzt ein Eisen oder eine normale? Weiß ich gerade gar nicht, hat aber einen super kalten, ja das passt jetzt schon da so, jetzt haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz, jetzt haben wir noch schon die Eimer, Hilfe, nein, da müssen wir schon die Eimer weg durchgehen, und vielleicht gehen wir in die Höhe nochmal, oder schauen wir uns an, nein, wir gehen in die Höhe, das wird eigentlich schon halbwegs passen, warum geht es schon wieder rein, ich bin ja, ich bin ein Fetzenschädler, sagt mir dein Österreich, ein Fetzenschädler, Fetzenschädler ist einer der komplett verplant ist, und ich weiß natürlich nicht, ob man das nicht auch in gewissen Teilen Bayerns oder so sagt, oder in Norddeutschland, wenn man zu einem Fetzenschädler sagt, wird er glaube ich nicht sehr beleidigt sein, bl 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 bl, Schmerz, 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 so tut er sich nicht weh, aber, na probieren wir es einmal so, und da, und da, und da, und da, und da, und da, und da nicht, und da, 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 und da Kaktus, äh, Mist, Zap, 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 Zap habe ich gesagt, und zwar, jetzt wird er sich so irgendwie tun, oder auch nicht, naja, schauen wir mal wie das Ganze dann mit Permit-Monster ist, weil letztendlich ist wie es ohne Monster ist jetzt ja völlig unerheblich und wir kommen hier nur mehr mit einer Leiter raus, wie wir uns dann eigentlich abholen können und wenn ich jetzt keine Leiter mehr habe, dann gucke ich jetzt vor und noch mal Scheiße. Ey. Ich zuck aus. Ich werde noch wahnsinnig. Ich bin so entzündig gewerdet. So. Und. Was machen wir jetzt? Klar, was machen wir jetzt machen? Ich habe gesagt, ich raste völlig aus. Und ich lasse mir jetzt kurz noch hier was einstellen. Und so. Ja, ich würde sagen, es ist Mittag. Schöne Sonne. Und jetzt frage ich mich, was passiert, wann ich das oder... Na. Machen wir es gleich auf die Schicke erwarten und weiße. Machen wir es gleich. So. 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 Hohohohoho. So. Jetzt schauen wir, was passiert, wenn das passiert. Ui, 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 Scheiße, ist das jetzt in unser Freund gelaufen, oder, nein, nein, ich baue da nicht über Räderfirma, nein, kennt ihr es ja eh, das Scheißproblemal. So, und wo fließt das jetzt hin? Ich möchte schauen, ob das den Ozean auftaut. Jetzt probier mal das, mal schauen, wie das ausschauen wird. Schaut eigentlich nicht einmal so schlecht aus. Warte. Ja, ne, es versinkt einfach im Ozean. Naja, ich kann auch nichts machen. Okay. Und. Ja. Ich würde sagen. Hallo, Opa. Ich habe gesagt, ich bin verzweifelt. So, meine Freunde, bevor ich jetzt die Shift-Taste auslasse, möchte ich noch sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle vom Let's Play für heute, für diese Aufnahme. Ne. Ah, wurscht. Ich sage einfach. Geronimo! Achso. Geronimo! Gdonimo! Gdonimo. NIEyear Iratage! Wurscht. Gdonimo. nicht so geil. So und so und so und so und das ist so dicht und bald mal. Ja ist da oben noch was, schauen wir mal, wir haben ja noch mehr Zeit und das war gerade unser erster Tod, ein schöner Freitod, ja Freitod als erster Tod ist immer super. Ja und wer jetzt denkt, ihr habt das nur so gemacht, weil ihr jetzt eine Folge mit dem Krank gesehen habt, der hat völlig recht. Natürlich gebe ich das nicht zu, wollte ich jetzt sagen, aber ich habe es doch schon längst zugegeben. Ein weiterer Beweis, was für ein SUV schädlich bin. So und so und das und das nicht und das schon und viel Sand, ne den Sand haben wir ja da und wir kommen jetzt rauf, auch mit dort, schön mit dort. Ja jetzt müssen wir uns quasi die Tabelstelle runterladen. Und wer gerade glaubt, dass es nicht einmal österreichisch ist, das ist gar nichts, ja recht. Und zwar, was mache ich da, mache ich den mache ich, 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 den und den, jetzt mache ich den und den, den und nicht den. Die Sonne geht gleich unter und die Folge habe ich meine eigene Kaktus fallen, ist ja, ist ja wirklich allerliebst. Und ich glaube, ja, nein wir kommen da nicht hin jetzt noch. Also ich habe jetzt keine Lust, in der Nacht, da zu versauern, deshalb mache ich schnell, warte ich schon schnell an, so schnell wie es geht, so schnell wie es geht, ich scheinbar nicht so schnell wie ich gehen wollte, aber naja, das könnte mir aus dem Leben. Scheiße, komm schon, nein, nicht verzäcklen, nicht verzäcklen, nicht verzäcklen, schnell, ich mache wurscht, nur ich mache hier nichts, das in der Luft schwebt. Nein! What the fuck, sage ich nur. Oh mein Gott! Moment, für das folgende Programm, bitte den Sound leise machen, und, ja, jetzt ganz leise machen, ganz zerpersten euch die Drammelfelle. Was soll ich scheiße? So, das war mein kleiner Ausguster, und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß, meinem noch folgenden Programm und einer noch folgenden Sendung, je nachdem, wie es erst einmal geht. Und, wir holen uns jetzt nochmal schnell unsere Sachen wieder, und dann sind wir auch gleich da, die können wir uns jedoch nur holen, wenn wir jetzt keine Monster sehen, und wenn wir jetzt gleich verloren haben, geht mir das Ganze schon ziemlich auf den Sack, und, naja, hm, dann, was glaub ich, können sich viele denken. Und ich geh jetzt mal ein bisschen wieder weg vom Mikrofon, ich hoffe, ich war jetzt gar nicht zu laut, aber, zu laut kann man ja nicht sein, denn Niki Lauda kann ja auch nicht zu lauter sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.